Hey, hallo! Du hast ne Glatze. Nütze Glatze, nütze Glatze, nütze Glatze. Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Ja, Hedi ist voll der Pidu-Pi. Ja, Mann, weiß. Und es ist noch, Hedi, weißt du, was doof ist? Es steht jetzt... Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit Für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen, denn der hier noch viel krass erspielt Also los, Diabos, gebt die Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages nächstes ist hier das Alpha-Tier Ich will noch ein bisschen looten hier Jaja, das machen wir gleich Hallo, liebe Interneter und herzlich willkommen Zu einem neuen Let's Play Wir spielen ein bisschen Forest Wir sind hier gerade mit dem Flugzeug abgestürzt Und müssen jetzt Koffer durchlooten Äh, wieso steht da ein Name? Kuckuck! Kuckuck! Wir sind nicht alleine heute Let's Play, was ist denn ein Let's Play, bitte? Hallo! Und zwar den Heni Hahn Hallo! Skyline! Hallo! Ich freu mich, hallo Zuschauer von John Boro und Heni Ja, und mal hallo von mir, an euch, von den anderen Gesundheit Und herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas von hier aus So, bam, Alter Ah ja, das ist ja dein Spruch, ne? Ja, meine Hähnchensteller sind auch gegrüßt an dieser Stelle mal eben Die Hähnchensteller? Die Hähnchensteller, ja Ähm, wir müssen jetzt noch dazu sagen Was ist denn ein Antrieb der Hähnchenarmee? Oh, das ist geil Die Chicken Wings, Alter Chicken Army Ähm, wir müssen jetzt noch dazu erwähnen Dass wir gestern Abend Eine Stunde, eineinhalb Stunden hier versucht haben alles Ähm, heute Schon seit, äh, Viertel nach neun versuchen hier irgendwas zu starten Wir haben jetzt Viertel nach elf Ja Ähm, es hat jetzt einigermaßen funktioniert Also entschuldigt auch, dass es halt am Längen ist Vielleicht das Spiel Ähm, wir gucken, was wir noch dagegen ändern können Wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie man das ändern kann Äh, gerne in die Kommentare schroten Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht gleich am Anfang Boah, geil Ah, da sind schon Leute, da sind schon Menschen Was? Wo? Was? Ich hab nen Ball, ich kann uns beschützen Ich, ich hab nen Ball Genau wie mit dem Dorf abgeschlägt Ziel auf den Kopf, Ziel auf den Kopf Wo ist er? So, ich, ich durchforste Ich loote noch Die sollen mich mal in Ruhe lassen Ich loote Ja Habt ihr ihn schon gefunden oder nicht? Der steht hier auf der Wiese Genau Wie Gollum Ähm Der kommt uns erstmal nur an Also der ist erstmal nicht feindlich Okay Eine Zeit lang Er? Das ist ne Frau Ich kenn das Spiel ja noch gar nicht Echt? Warte mal Hat die Brüste? Ja Ja Verdammt Komm her, ich will Reiz Du kannst Bam, ich hab den mit dem Tennisball abgeworfen Ich hab den mit dem Tennisball abgeworfen Wuhu Skyline ist unser kleiner, äh, Kokain-Kranker Ja Und was machst du da hinten eigentlich? Ich loote hier grad im Dorf noch ein bisschen rum Da sind auch noch ein paar Koffer Und ein paar Arme und Beine Und so Du scheiß Du Blöde Du Hinter dem Stein hab ich mich versteckt Okay, ich glaub Skyline ist der erste, der drauf geht Ja Das sieht aber lecker aus hier Ich glaub, wir haben hier ne Party gefeiert unter uns Alter, die verfolgen mich Du bist hinter diesem scheiß Busch nicht versteckt Das Ding hat nur sechs, äh, Äste Verpiss dich Was machst du denn da? Alter, ich hab ne fette Axt gefunden Guck dir die mal an So Ah Ja, die ist, äh Ich hab hier nen Bruder auf oben Hier, wir Geil Leute, wo seid ihr? Können wir den in zwei hacken? Äh, der Magen Pfui Das sieht voll eklig aus, ey Die haben voll unnimmig Spaß Aber ich hab auch alleine Spaß Hau doch nicht auf mich, du Honk Ah Was war das? Vogel Gibt das so ein Spiel in Amerika, wo man so einen Ball um ne Stange wirft die ganze Zeit? Ah, ich leg fest Alter, wie schnell seid ihr denn? Also für alle Zuschauer, die normalerweise Blut und Gedäme auf meinem Kanal nicht gewohnt sind Willkommen, ich bin John Ich hab, ich hab was zu essen dabei Äh Nee, komm mal her, hier sind ganz viele coole Sachen noch Hast du Hunger? Dynamit Nice Du machst die Kiste auf hier Einfach mit der Box drauf Johnny Walker Du bist beim bester Jede Menge Kann ich ihn behalten? Er ist mir mitge- Er ist mir mitge- Er ist mir mitgekommen Kriege ich mein Inventar auf, mit I oder was? Mit I, genau Ah, okay Wir müssen uns immer merken, wo wir George hingelegt haben Damit wir nicht vergessen Skyline holt ja auch die Arzt hier Das ist ja eigentlich schon mal ein ganz nettes Dorf, oder? Wo denn? Wo denn? Ja, das Problem ist, ähm Hier kommen auch die Eingeborenen irgendwann zurück, ne? Nicht, wenn wir sie ausschließen, oder? Ja Ja, wir müssen jetzt nicht ganz viel, äh, Palisaden bauen Wir können die ja auch alle hier Boah, der sieht voll mega aus Der ist mal ohne Witz, das Ding hier Sieht aus wie eine Riesenspelle Ah, voll geil, ein Bug Was für ein Bug? Cool, cool Ich krieg hier grad ungefähr eine Million Getränkedosen Echt? What the fuck? Das ist einfach nur voll Ja, du bist voll Das dachte ich mich schon Okay, was wollen wir machen? Wollen wir uns in dem Dorf hier einquartieren Oder suchen wir uns eine andere Stätte? Nein, wie schlagen wir uns die Welt nicht? Keine Ahnung Also, wo wechseln wir eigentlich die Axt? Ich spiele zum ersten Mal Ähm, aber Wir müssen jetzt dir eine Unterkunft bauen, doof gesagt Damit du halt hier halt jetzt überlegst Also müssen wir Holz bauen Wo kann ich denn jetzt auf die andere Axt wechseln? Was ist das hier eine Falle? Alter, hier ist schon eine Höhle Fuck Nee, da gehen wir nicht rein Gehen wir nicht? Nee Aber was ist denn jetzt mit der Axt? Hast du die Axt? Ja, ich war doch da Habs aufgehoben Aber ich hab nur noch die Axt Dann gehst du auf I Und da liegt sie I Da liegt sie Ah So Stirb Greenpeace wird nicht hassen Alter, wie dumm ist das denn? Und tschüss Ja, was machen wir jetzt? Warum sehe ich nicht, was bei euch passiert? Das ist schade Ähm Da dreht sie alles Wir könnten uns ja eigentlich die Videos gegenseitig hinschicken Und so kleine Screens noch einbauen Aber das ist Ich hab einen Stein aufgehoben Okay Ja, keine Ahnung Lass uns doch erstmal Holz sammeln hier Warte mal, ich muss erst mal George wiederholen Warte mal Auf B hast du dein Baumenü Da können wir ja mal kurz durchgehen, was wir so basteln wollen Alles Ich muss erst mal George wiederholen Kann ich nicht sprinten oder sowas? Alles finde ich gut Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schruten, ob wir irgendwelche Challenges oder sowas hier machen können Oder sollen Das ist ja mega cool Irgendwelche Challenges Äh, schauen wir erstmal, dass wir uns das aufbauen Ja, ist ja gut, aber Scheiß, ich hab George verloren Brauchen wir erstmal ein Mini-Lager, oder? Was? Brauchen wir erstmal ein Mini-Lager Ja, wir müssen ja auch Keine Sorgen, ich hab Steine Essen und so Ja, deswegen Wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir uns in die Dings hauen Wie kann ich denn das hier abbrechen? In die Wildnis Weil da halt viele Typen rumrennen Also Typen Aber halt Meinst du, so ein Typ? Stimmt Koffer Ich hab nichts getan So ein Typ Ja, die kenn ich auch Ähm Kann ich das hier löschen? Ey, kaum 10 Minuten spür Ich hab euch schon wieder verloren Was ist denn hier los? Wollen wir das dann tatsächlich hier an dem Dorf machen Oder wollen wir uns eine andere Stelle suchen? Ich würd sagen, wir suchen uns mal eine Angestelle, oder? Ja Die am Wasser oder so Das ist eigentlich ganz cool, ja Ja, da haben wir nämlich nur eine Seite quasi Wo wir angegriffen werden können Also man muss essen und trinken in diesem Spiel, ja? Genau Ähm, Skyline, kommst du? Ich bin auf dem Weg, ich hab George verloren Scheiß auf George Gibt's hier auch Flüsse und sowas? Jaja, alles da Ja, dann lass uns doch so einen kleinen Fluss suchen Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Durstproblem gelöst Ja, das Problem ist, dass wir dann eine Schildkröte töten müssen Um den Panzer zu kriegen Und da dann halt Wasser aufzufangen Und was ist jetzt das Problem? Du kannst nicht einfach aus dem Fluss trinken Das ist das Problem Ja, wie unnötig Oh, fuck Bei mir ist die ganze Zeit Skype zu sehen auch Ja Die Schildkröte sollte ja nicht das Problem sein Fuck, man sieht bei mir die ganze Zeit Skype da oben Ah, guck mal hier unten Da unten wär's eigentlich ganz geil Hier haben wir einen Fluss Wo ist er denn? Da Ich entschuldige mich nochmal Bei mir sieht man die ganze Zeit Skype Ich hab vergessen Ja, das ist Spult Dann haben wir den Fels hier im Rücken Das ist gut Genau, ja Ja, dann werd ich mal versuchen Hier irgendwie halbwegs runter zu hüppeln Ohne zu sterben Aber wenn wir hier runterkommen Dann kommen die Eingeborenen ja auch runter Ja, aber ich glaub, die sind nicht so klug Oder? Oder brechen sich dabei ein paar Knochen Oh, ein Hase Das find ich jetzt ganz schön diskriminierend Von deiner Seite aus Ja, so bin ich Gegenüber den Ureingeborenen Wie du das noch schon gesagt hast Die guten alten Ureingeborenen Ja, ja Ey, ich weiß Ich hab auch jetzt irgendwie nicht so den Drang Meinen Sohn wieder zu retten Ich hab einen Kopf gefunden Einen Totenschädel Geil Was ist das denn? Das ist geil Der ist für einsame Stunden Da freu ich mich So, Jungs Ich bin mal eben kurz weg Hase! Hase! Das ist um 20 Sekunden hin Das ist voll der Dschungel Herr Lehrer, irgendwas stimmt mit Hase nicht Das ist super geil eigentlich, ja? Ich glaub, hier unten Aber man darf nicht so viel rennen, merk ich grad Da ist die Ausdauer gleich im Arsch Ich muss was essen, mein Magen ist leer Ja, guck mal, auf Ida hast du, glaub ich, Powerriegel aufgenommen Indem du die Koffer gelootet hast Alter, hier ist es mal richtig nice, hier unten Oh, so Powerriegel bringt aber ordentlich was Guck mal hier, das ist geil, glaub ich hier Oh, scheiße, hab ich hier schocken, ey Verleck mich am Arsch Hier ist eigentlich ganz schön Wo bist du? Ach, da unten, genau, ja Oder wir gehen da hinten an die Felswand Das könnten wir auch machen Aber dann ist der Wald so weit weg Zum, zum Also da müssen wir mal so weit laufen Wir entscheiden hier grad alles alleine Ja, okay Dann wär ich dafür, dass wir Das hier so mit der Felswand am Rücken machen Einfach, weil so sind wir von einer Seite Ja, das ist mega Das sind wir mit der Felswand am Rücken Vorne der Fluss Seitlich der Felswand Das ist mega Ja, ist cool Bald hab ich auch Wo gibt's was zu essen? Da musst du jagen, ne? Da, ich hab mal jetzt noch den Hasen zu jagen Gibt's auch einen Bogen? Ja, den kannst du dir selbst craften Oh, cool Und wir können uns ja mal eine Hasenfalle bauen Okay, so kriegst du dich, alles klar Ich hack mal direkt einen Baum um hier Das ist eine super Idee, Hemi Ich sammle mal ein paar Müssen wir halt produktiv werden jetzt Ich bastel mal eine Animal Trap Wie sieht das mit Pflanzen aus? Sträuchern und sowas? Kann man auch essen, einige Okay Jawohl, Schnauze Ja, die Katze Immer wenn ich aufnehme Immer wenn ich danke Wenn ich einsam war Vater So, ihr könnt ja mal ein bisschen was über euch erzählen Weil meine Zuseher kennen mich ja hoffentlich Hallo Ja, ich meine mich ja auch Ja, aber damit meine wissen, wer ihr seid Und ja Achso Ja, Hemihan Let's Player YouTube Könnt ihr gerne mal reinschauen Ja, danke Boah, das war voll aufschlussreich Ich bin schon Jetzt weiß ich alles von dir Ja, was soll ich denn sonst wobei nicht sagen Ja, weiß ich nicht Ich bin der Hemi 26 und grüße meine Tante in Wuppertal Ja Keine Ahnung Ich bin weder 26 noch habe ich die Tante in Wuppertal Aber das ist egal So, wo kann ich den Scheiß denn jetzt hinschmeißen? Hier einfach hier so, oder was? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich kennengelernt habe, Hemi Aber irgendwie Ich weiß es auch nicht mehr Also es ist schon ein bisschen her jetzt Haben schon lange gequatscht mal, ob wir irgendwie was machen Selbiges mit Skyline Hallo Ich bin Skyline Genau, das ist der Skyline Mit der Muschi Ja, über so Facebook-Gruppen Ah, ich glaube ja Über so eine Poste deine Let's Plays und du wirst Famous-Gruppe Genau, richtig So eine, ja Wo alle ihre Videos ausbühen Hier habe ich den Bauchstamm Ich höre was Ähm, okay Ah, hier ist einer Oh, da ist einer Attacke Komm her Ja, da haben wir uns ja nicht Oh, da ist noch einer Komm her Da ist den an Alter Der macht mich kalt Und nein, hier ist noch einer Helf mir Nein, nein Ah, Hilfe Es ist alles zu schnell Da ist einer Ey, wir haben uns hier ein super Lager ausgesucht hier Scheiße Ja, das ist vielleicht noch ein Kruppkratz Der lebt noch Hä? Warum steht der jetzt nur so komisch rum? Alter, was ist da los? Boah, wie die Aps Lieber Piliata Ich weiß nicht, vielleicht hat er einen Schlaganfall Er hat dich gebissen Echt? Kein Der macht doch nichts Wie kann er dich beißen? Alter, irgendwas ist hier gerade passiert Ich bin gleich am Verrecken Ich bin am Verrecken Alter, ich war dir auch? Bei mir ist schon alles grau Oh, der lebt noch Oh, jetzt ist wieder alles grün Schön Kommt ihr klar? Ja, ich will hier gerne Ich hab Bunger, glaube ich, Alter, nur Inventar Wo gibt's denn was zu fressen? So, oder? Gut, Jungs, einen Gartenzwerg haben wir auf jeden Fall schon mal Ich mach den anderen mal krank So ein scheiß Snack bringt mich Steht der bei euch auch noch hier rum? Ja Per Woll, Schlauze Per Woll Per Woll? Heißt da eine Katze Per Woll? Eine Katze heißt Per Woll, ja Ich glaub, das ist der geilste Katzenname, den ich jemals gehört habe Bin ich jetzt in dem Typen oder trage ich den einfach nur? Du trägst ihn Du tragst ihn Aber du musst aufpassen, der beißt Nee, der ist tot, glaube ich So, jetzt liegt er Nee, der steht bei mir Nee, guck mal hier, jetzt müsste er da liegen Nein, der steht bei mir Warum? Dann trag du ihn mal Ich geh da nicht nochmal hin Als ich da vorne hingegangen bin und in dem drin stand Hat er mich gebissen Junge, ich hab ihm gerade den Arm abgehackt Ich bin ein Mutant Ich bin ein Mutant Ich hab ein drittes Oh, Alter, was ist das für ungepflegte Zehenspitzen, ey So Komm her Hey, hier ist ein Hase drin Guck mal Hegst du heimlich einem Fußschädel, äh, Fetisch oder was ist das? Ja, sowieso Äh, was ist das? Stirbhase Genau Da ist ein Hase drin, alles noch raufschlagen Und dann, wenn er tot Mein Fuß macht nur Damage Genau, jetzt kannst du ihn nehmen Oh, perwoll Halle nochmal neu aufspannen Und dann kannst du ein Feuer machen Und das Ding darüber braten Okay, cool Ich mach das Feuer erstmal Wie krieg ich eigentlich nochmal dieses Wie krieg ich das Baumenü nochmal auf? Mit Bö Wie bauen Ach, Bö Wie bauen Das ist ja Shelter So, ich hab ein Feuer, Hini Wenn du noch Hunger hast Scheiße, ich verreck hier auch gleich Ich würd sagen, wir machen uns direkt ein, äh, ein großes Haus, ne? Blätter und Äste Ne, ich hab dir hinter dir eins gebaut Oh, das ist ja, das ist ja sehr zuvorkommend Ja, so bin ich Okay, also ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden hier in dem Spiel Du, kein Problem So, wie kann ich eigentlich alles aus meinem Inventar rausmachen? Ich hab ja haufenweise Stöcke und Steine Oh, das haben sie hier neu gemacht Das finde ich aber Steine hab ich noch gar nicht Visuell, achso, linke Baustaste heißt das wahrscheinlich dann Sehr, sehr gut Nice So, ich baue uns mal eine kleine Defensive Wall Wieso hab ich denn jetzt haufenweise Stöcke dabei? Ne? Damit wir hier auch in Sicherheit fliegen Bei mir steht die Figur immer noch, nur jetzt fehlt ein Arm und der Kopf So Was ist das denn, ey? Das ist halt die Beta-Version John, hau den Leute, ah! Alter, was ist das denn? So, unser Defensive Wall Ja, das machen wir in 10 Minuten, ist das fertig Jetzt kann jeder mal nett Holz hacken Okay Ja, aber jetzt mal, warte mal Ich hab haufenweise Holz in meinem Inventar Wir kriegen das auf einmal raus Achso, das kann alles drin bleiben, das Inventar Das ist nicht schlimm Okay Ist das Inventar nicht begrenzt, oder was? Ne Also schon, aber dann fällt's halt runter Hab ich jetzt die Defensive Wall genau ins Feuer gebaut? Keine Ahnung Sieht so aus So, dann hatten wir erstmal drinnen alles weg, ne? So Eins, zwei Warte, wo ist denn innen drinnen? Hier ist innen drinnen, okay Genau, und unten links steht dann, wie viele Sticks wir noch brauchen Also Baumstämme wir noch brauchen dafür Stirbbaum Es tut mir leid, Greenpeace Aber ich muss es tun Für meinen Sohn, den ich nicht kenne Und deswegen unendlich liebe Ich mag Skyline, der ist immer komisch Ja, ein wenig Ja Baumstämme Aber mit dem Katzenarm Sehr, sehr Was ist das? Was ist das passiert? Bitte wiederbeleben Ist das dumm Ich hatte gesagt, Baum fällt, verdammt die Scheiße Geil, fast der Bitte Schopo, pass auf Vor allem sagte, mach ich mir mal so'n Spaß und sag das einfach mal so'n Stück sehr wöchentlich, Alter Schumann da Nice Das geht ja super los Okay, der Baum fällt Aber noch vor Sehr gut Oh my Holy moly So, das wird jetzt erstmal hier so das kleine Basislager, ne? Nein, das wird ne Festung Maschinengewehre auf dem Dach Pass auf Oh, was? Oh, nein Ach du Scheiße Das ist so'n Fick war da Du hast den Reifen verloren Das hast du mit Absicht gemacht Ja, ich wollte dich töten Verdammt Yeah, ich hab am längsten überlebt Hilfe, man sieht den Baum nicht Wo fällt der hin? Der ist dabei Ich bin wahrscheinlich gleich wieder zu Auf Ja Oh, oh Ich soll hier irgendwas rascheln Was ist das? Ich hab Angst Scheiße, jetzt bin ich abzuhalten Das ist der Baum, glaub ich nicht Ich hab zu Oh nein Da ist der Baum Ja, liebe Leute, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was wir bauen sollen alles Beziehungsweise, was wir hier so machen Ich würd mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an, diese Palisadenwand hier umzubauen Und dann bauen wir uns ein kleines Häuschen Oh, Baum ist umgefallen Lebt ihr alle noch? Ich bin wieder am Flugzeug Ey, wir hatten hier die Dings kaputt gemacht Die Wand, die war doch schon fertig Ach, ihr seid ein paar Häuseln, echt Ich mach gar nichts kaputt Ich bin gar nicht zur Pause Warum bist du beim Flugzeug? Ja, genau Entschuldigung, ihr habt dir nichts zugehört, ne? Ich bin irgendwie beim Flugzeug gestaunt Ne, mach dir nichts Bist du gestorben? Ja Weil dein Baum mich erschlagen hat Oh, hab ich gar nicht mitbekommen Ups War nicht mit Absicht Toll Also Hilfe Was war das? Ich hab nur ein bisschen Blätter ins Feuer gelegt Jetzt hab ich ein Ack Boah, Alter, ich krieg den Shit Oh, gerade so hektisch Ficky Ah Nein, ich bin so doof Ich hab den Hasen gefangen, aber nicht getötet vorher Jetzt rennt er weg Ich muss mal eben kurz das Spiel heller machen Das geht ja gar nicht Ja, das ist ein bisschen dunkel, ne? Geht das irgendwo? Scheiß Baum Geht kaputt Oh nein, ich glaube, das geht gar nicht Baum fällt, glaub ich Du kannst auf Battle-Optionen Und dann Color-Grading Auf Modern gehen, dann sieht's ein bisschen heller aus Color-Grading Was? Optionen? Ja, da bin ich Color-Grading Ja, da ist er Rechte Seite Irgendwo in der Mitte Da Und dann auf Modern 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 Oh, Texas gibt's auch Texas gibt's auch So So, ich muss erst mal was essen Ja, tatsächlich Tauchen wir Oh ja, ich auch Hier Skylinen Macht weiter, arbeitet Geh kackt, Alter Ich hab ein Bein, ja? Dafür muss ich jetzt mal was essen Habt ihr eure Anfängerexte noch? Ja Ja Gib mal Sollte vielleicht die anderen auswählen Ähm, warte hier Du bist jetzt Mein Gott, jetzt haben wir noch die ganze Zeit so ein Fuck, jetzt ist die weg oder was? Das scheiß Bild von so einem Kind noch Vor allem das Kind ist weiß Und ich bin Man kann die, glaub ich, nicht Du hast Darf ich eigentlich Schwarzer sagen? Ja, das Solltest du das nicht sagen dürfen Ich glaub, die kann man nicht übergeben, die Axt Ach Kannst du nicht droppen? Die musst du doch irgendwie aus dem Inventar ziehen können, oder nicht? Nee Echt nicht? Ich seh gar nichts, Alter Ja, dann geh zum Dorf zurück Und hol dir die Axt, die im Baum steckt, oder? Ey, nachts würde ich nicht dahin gehen Toll Kann ich Bären pflücken oder irgendwie was? Alter, komm her Kann ich die Bäume mit meiner blanken Faust fällen? Ja, wie bei Minecraft Auf G war doch immer droppen lassen, oder nicht? Ja, Handy, komm, gehen wir einfach zusammen Scheiße, mein Essen verbrennt Wie, das verbrennt auch? Ich glaub schon, ja Ist da los, okay Ich hab nicht mehr so viele Punkte, wenn du's isst Also Fühlt sich der Magen nicht so Wie es sein sollte Hat einer jetzt eigentlich von euch im Counter? Nee Wie lange nehmen wir schon auf? So, ich vermute mal Ich bin jetzt Ich hab Ich will jetzt mal was versuchen 25 Minuten ungefähr Und zwar, wir legen jetzt hier mal TNT hin Und dann springen wir den Handy in die Luft, oder was? Nee, und dann gucke ich mal, ob die Bäume explodieren Dann müssen wir nämlich Ja, voll Guck mal, jetzt wird die so mühevoll Alles klein haben Ja, aber verschwindet mich das Dynamit, Digga Also scheißegal Hene, jetzt kannst du mithelfen Steine, äh, Holz sammeln Steine sammeln Brängt der hier den halben Wald in die Luft? Ja, so muss das, oder? Ja, vor allem John Rambo Merkt ja auch keiner, dass wir hier sind Okay, wie setze ich die hier rein? Alter, what the fuck? Mit E, oder was? Genau, ja Nice, das war eine super Idee Okay Ja, nicht schlecht Dann haben wir wenigstens schon mal einmal Eine Schutzwand fertig Für den Fall, dass sie uns hier wieder angreifen So können wir auch angeln gehen Geht das? Mit TNT-Kapp Nein, das geht nicht Alter, what the fuck? Wie sollen wir denn bitte schön da hochkommen? Wo hoch? Kann man da hochgehen? Musst du, glaube ich, gar nicht Wir haben es erst mal nur so gemacht Ist da noch wieder was drin? Ich bin nicht aufgezogen Äh Machen wir so weit, wie wir da hochkommen Und fertig Ja Da ist einer Oh nein, beschützt mich Rini, komm her Zwei Stück, drei Stück Drei Leute Fuck Ich soll euch dir ein Bein geben Ich kann dir ein Bein geben Ja, das hilft Vier Leute Fuck Es sind vier, die gehen weg Ich kann dir ein Bein geben Los, nicht drauf Drauf losgehen Rini, wo bist du? Ähm Bei uns Ähm Auf dem Gelände Keine Ahnung Was das ist Ich weiß nicht, was das hier sein soll Ich weiß nicht Warum leuchtet der? Das ist der Messias Vielen Dank Der Messias ist vor mir Der Messias ist vor mir Hä, der Fuß ist jetzt aber nicht bei mir im Inventar Kannst du ihn aufnehmen? Wo liegt der denn? Ich denke Der Messias ist hinter mir So Ne, hier, guck mal Jetzt hier, hier und so Ich hab jetzt mal ne Der leuchtet die ganze Zeit Das ist für dich Ne Schädelachst Alter, da kommt er Guckt euch das an Der leuchtet Äh Ja Der blinkt Und jetzt? Kannst du die aufnehmen? Leute Siehst du den Fuß überhaupt? Ne Der blinkt die ganze Zeit Deine Schädelachst Sehe ich auch nicht Der tut da hinten Der blinkt die ganze Zeit Blinky Warum? Die Schädelachst Sehe ich auch nicht Der blinkt dir und der Brain oder was? Warum blinkt der? Der Gartenzwerg steht hier auch noch rum Oder? Im Gartenzwerg kannst du mal Ist weg Der ist weg Jetzt ist er weg Damit du dir selbst so ne kleine Axt bauen kannst Keine Ahnung Ja Lass uns mal warten bis hell ist Und dann gehen wir eben zum Dorf Ja Haben wir hier alles Holz abgeholt? Ja ne? Ja Man sollte niemals alleine rumlaufen Johnny Ach Quatsch Ich hab einen Fuß Was soll mir passieren? Du kannst jetzt noch schneller laufen oder was? Einen extra Fuß bitte Hier liegen noch zwei Holzstämme glaube ich Ich hol's gerade ab Scheiße ich brauche auch was zu essen Ja Verdammt Axt im Walde Oh man Wir müssen noch eine Falle aufstellen glaube ich Und alles nur weil du den Baum falsch gehackt hast Es tut mir so leid Ja wieso warst du auch auf Refresh? Wir hätten dich ja so wieder beleben können Ich hab gesagt ich bin tot Und dann war ich auf einmal ganz tot Ich dachte das war ein Scherz Scheiße ich brauche auch was zu essen Ich bin auch gleich tot Ist hier gerade schon wieder so ein Baum neben mir eingeschlagen Läuft bei dir Heni Läuft auf jeden Fall Ein Pran hat im Wald nichts zu suchen Ey komm wenigstens warst du nicht der erste der gestorben ist Ich glaube den fehl Achso Okay Jetzt hat ich auch den Back Ich kann keine Stöcke mehr aufnehmen Weil ich war der erste der richtig gestorben ist Das stimmt Ich weiß nicht ob das ein Erfolg ist den ich feiern will Ne ich feier das gerade auch nicht Ich bin da auch echt ein bisschen sauer muss ich sagen Ja das kann ich nachvollziehen muss ich sagen Du 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 Ah guck mal hier liegt noch ganz viel Holz Heni Und ich hack einfach jetzt für dich Und du bringst das Holz weiter oder? Na toll Ja ist das eine tolle Aufgabe Das ist hervorragend Das ist eine sehr Sehr dankbare Aufgabe Wenn wir mich hassen heute Wenn ich eine Axt hätte Dann wüsste ich jetzt was ich tun würde Äh die Poliere What the fuck wo ist der Baum? Da ist der Baum Ich habe eine Axt Was macht der Baum schon da hinten jetzt? Du hast eine Axt? Wieso ist denn jetzt auf einmal Du musst einfach nur mal gucken hin Ja du kannst dir ja die Folge sehr gerne bei mir auf dem Kanal dann angucken Vielleicht ja Auf meinem Kanal ist viel mehr zu sehen Ja aber du hast nicht Ah scheiße ich bin durchs Wunderkratz Ich brenne Ich brenne Das hast du jetzt davon Ich brenne Der war schon wieder mal auf den Kopf Oh Gott Wir müssen echt aufpassen Ja da müssen wir echt aufpassen Ich brenne ich habe gebrannt Voll Leidenschaft Har Okay ich fähre jetzt diesen Baum Aber wir haben es gleich geschafft Machen wir das noch in der Folge fertig oder wird das zu langweilig? Ja Nein man das ist fertig Die erste Folge ist immer etwas länger Ja die erste Folge ist auch immer ein bisschen langweilig bei Forrest Weil man sich da erstmal so einen kleinen Unterschlupf bauen muss Und dann wenn es aber nachher ans Jagen und so geht wird es dann ein bisschen spannender Vor mich Baum fällt Ey immer passt auf ihn Ich hab extra geguckt dass ich nicht auf ihn mache Skylight pass auf Nein Nein Oh Gott Vielleicht sollte jeder von uns einfach so ein Baugebiet haben Ja Wo andere weitgehend weg ist Ich sollte mir mal nen Helm besorgen oder irgendwas Ja Arbeit nicht der Vorschrift genieß Ja Ja Ah Du blöde Wutschigata 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 Boom Kein Problem Das mach ich schon Wo ist er hin? Hinter dir Hinter dir Hinter hier Was macht ihr da? Wir battlen Mit dem Vibe Ah Ich bin tot Ist wieder an der Dach Oh Ich seh nichts mehr Ist alles schwarz Ich rette dich Nein ich Ah da ist er Da ist er Ich lebe Boah Boah Das sind zwei Die ganze Zeit lassen wir uns in Ruhe Jetzt ist abends und jetzt machen sie oder was? Komm her Der hat nen Zahn fallen lassen Mein Zahn Krass Da war doch noch ein zweiter Ah da guck mal der hängt in der Wand Hahaha Was für ein Idiot So ein Schwachkopf Komm her Okay Ich seh dich nicht Scheiße Oh Gott sei Dank jetzt wird's wieder hell ey Huja Ja wir haben ihn in der Ecke Super Nice Der ist da Der ist nicht da Der ist nicht Der ist nicht da Hahaha Hahaha Was war's denn Hey Hini du siehst auf einmal anders aus Echt? WTF Wer bin ich denn jetzt? Du siehst aus wie Willi Weedon jetzt Hahaha Weil der Bart sieht so scheiße aus Wo er einzelne Stoppeln draufgeklebt also So dumm Ach kein üppiger Bart oder was? Fick eh ne Ja Da liegt noch voll viel Holz Was ist denn da? Ah da hinten ist noch ein Baumsturm Ich will doch nur den Zaun hier fertig bauen Ja was ist mit Per Woll Ich wollte grad fragen was ist mit Per Woll los? Alter warum sind die Ah Wolken gelb Gott hat reingepilzt Gott hat in die Wolken gepilzt Ich muss mir jetzt unbedingt was zu essen besorgen Hilfe Ich kann nicht Hilfe Nein Ich bin grad im Baumenü und mich greift einer an Hahaha Helft ihr Jungs Wo bist du denn? Hier neben euch Was? Hast du Hallos? Da ist keiner Da ist keiner Hä? Hast du irgendwas genommen oder? Mal mit Da Da ist er Da ist er Da ist er Da ist er Aha Alter Meiner stocher grad nur in dem Baum rum Der schlägt nicht richtig Jetzt schlägt er wieder richtig Hör auf mit dem scheiß Baum rum zu stochern du scheiß Kerl Wieso kann Wollen wir aus diesem Baum hier einen Zahnstocher machen? Mein echter Mord Und wie fühlt man sich hin? Schrecklich Aber diese fiesen Leichen wollen wir hier ja nicht rumliegen haben Na die schmeißen wir mal raus Vorsicht Baumfeld So wie kann ich das jetzt hier fertig bauen? Irgendwas stöhnt mir ins Ohr rein Ah Oh Tag Moin Ist das doch Ist das doch Ja Als ob du grad einfach mal drei Holzstämme auf einmal schleppen kannst Wieso kannst du das nicht? Zwei kann man auf einmal schleppen Drei nicht Wie dumm ist das denn? Ich freu mich halt nur in den obersten fest Ey was sind das für ne makabere Tür Wieso kann ich denn hier nicht bauen? Das ist doch kacke Muss man jetzt irgendwas essen? Ein Baumstamm Gibt's hier Viecher am Teich? Hier guck mal im Kaninchenstall ist wieder eins drin Ja Und es gibt manchmal Echsen die da rum jeweilen Wie komme ich jetzt raus aus diesem beschissenen Menü Das gibt's doch nicht He 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 ho Genau daneben eigentlich. Musst du dir ein bisschen anfachen mit Lettern, glaube ich. So, meine Freunde! Wir haben ja eine sehr dumme Tür hier vorne, durch die keiner kommen kann, auf gar keinen Fall. Wir haben ja eigentlich diese Tür hier befestigt. Ich frag nicht, wie wir diese Tür hier befestigt haben, damit man es aufschlagen kann. Da haben wir im Baumarkt, haben Mädel besorgt oder sowas. Guck dir das doch mal an, ihr könnt die Tür auf... Ach, ist ja egal jetzt. Ja, da stellt sich gerade einfach der Himi davor und dann passt das. Wie kriege ich denn jetzt das Olle-Karnickel ins Feuer? Ja. Du musst das erst mal töten. Wahrscheinlich hast du es noch nicht getötet, oder? Doch, ich hab dir nur das abgeteilt. Oder ist das schon gekostet? Ich stirb! Ich stirb! Dann gehst du auf Inventar, genau. Ja, okay, das ist klar. Ja! Und immer die Falle wieder neu aufspannt. What the fuck? Ich hab gerade den Karnickel das Fell abgezogen. Let's get! Und wenn das fertig ist, kann ich das da rausnehmen, oder was? Genau, dann... Ah, wie lange dauert das denn? Das siehst du dann, dann ist da so ein Smiley, der ist quasi... Aha. Da bin ich ja mal gespannt. Ist jetzt zwar nicht die fünf Minuten... Bei einem ist ein Smiley, da ist ein Smiley. Ja, genau. Kannst du schon nehmen? Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die nächste Falle steht... Jetzt kann ich wohl wieder sprinten, denn... Ah, da müssen wir eine Bank bauen. Wenn du dich auf die Bank setzt, füllt sich die Ausdauer wieder auf. Das hab ich ganz vergessen. Ich baue mal eine hier hin, ne? Mhm. Bau mal. So. Das Braum-Menü, das muss ich mir gleich auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Dafür brauchen wir zwei Lobs. Achtung, Leute, ich falle hier einen Baum. Okay. Ich stell mich mal hinter dir, weil jetzt wird ja wohl nicht nach hinten. Ja, ja. Man weiß es nicht. Da muss man mal schon aufpassen. Der macht das ziemlich hinterfotzig mit den Bäumefällen. Ja, ja. Ich komm dann einfach von hinten. Mhm. Surprise, Budsex. Surprise, Motherfucker. Äh, jetzt ist es sehr schön aus, der Baum bei mir. Jetzt nehm ich hin. Ich hab auf den Baum draufgekommen. Scheiße, der Baum, ich seh den Baum nicht. Ja, der fällt nach vorne. Ach, ja. So. Eins, zwei. Ich fähr schon wieder ein. Hilfe. Was hab ich denn da eigentlich? So, ja, dann haben wir jetzt die Bank. Wenn du dich da raufsetzt, wenn's geht. Sicher nicht, dass der jetzt nicht was geht. Mir stöhnt schon wieder einer ins Ohr. Jetzt füllt sich die Ausdauer auf. Ist das doch. Ein bisschen, ja. Können da auch zwei drauf sitzen? Ja, du sitzt, jetzt sitzt du an der Hälfte. Vor allem, weil du nicht mal auf der Bank sitzt. Du sitzt irgendwie außerhalb. Ja, hier sitzt du. Oh, warte mal, das nehm ich als Dinges hier, Alter. Und dann wirst du das nämlich als Thumbnail. Okay, Hini, hast du auch keine Erektion. Ein bisschen, halb hart. Halb. Ja, er hat ja auch zwei ziemlich lange Stängel in der Hand. Warte, das geht länger. Da fang ich hin an. Oh, 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 oh. Noch besser. Oh, darf ich mal diesen Fuß riechen? Ja, willst du mal dran knabbern? Also, wenn's Essen mal knapp wird, ich glaub. Die Zehennägel sehen wirklich sehr, sehr lecker aus. Ja, ich, äh... Ich hab noch ne helfende Hand, falls du raus. Ey, was war ich? High five! High five, komm! Batz, batz, komm hier, ich geb euch allen ne Schelle. Ich will doch nur was essen. Ich kann euch wirklich ne Schelle damit geben, Alter. Ja, das nimmt dir aber Lebensenergie weg, bitte auch. Du hast angefangen. Ich bin ja nicht mal in der Nähe von dir, du Held. Ich hab Lizzie dabei, das ist Lizzie. Achso, das war jetzt... Brenn, brenn! Ich hab Lizzie dabei, das ist Lizzie. Sag hi zu Lizzie. Hast du eine neue Freundin oder ist das deine Katze? Hi, Lizzie. Das ist Lizzie. Hallo, Pervoll. Hallo! Hallo, Pervoll, ja. Der Lurch sieht sehr flauschig aus. Das ist Lizzie. So, dann machen wir mal noch die 10 Stöcker hier fertig für unser Schutzgebiet. Lizzie, das Lizard-Bies. Und dann haben wir's, glaub ich. Was kann ich noch? Du hast nur den Lizard gefunden. Ich hab ja noch ein geholtes Kanidchen, sieht aus wie Scheiße, Alter. Scheiße, ich muss auch essen. Oh, fuck, ich muss essen! Wo wir grad von Scheiße reden. Scheiße, ich hab keine Riegel mehr. Aber davon hab ich vier Zähne. Was hast du nicht? Riegel. Ach, Riegel. Ja, ja. Kinderriegel. Oh. Product Placement, ne? Oh, Vorsicht, Baumfeld. Oh no, wo? Ah, ich brenne jetzt, Scheiße. Ja, ja, das überleben wir schon. Aber... Was ist das denn hier? Ich will was essen. Ist mir egal, ob ich brenne oder so. Der Überlebensinstinkt ist... Alter, what the fuck, was hab ich denn hier? Was ist denn hier so eine Lücke, Alter? Wie cool ist das denn? Ich bin der König. Das ist doch Scheiße. Ich hab ein Zipter. Auf die Knie. Ah, so manya, malaviti, mama. Gesundheit. Na, 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 na. Oh, die Falle ist leer. Also runtergeklappt. Das heißt, das ist was zu essen. Guck mal, guck mal, guck mal. Alter, pass auf, wenn du mit deinen Baumstämmen hingest. Da, das ist das. Ach, ein Häschen. Genau. Wir sollten vielleicht noch irgendwo mehr Fallen aufstellen, weil wir zu dritt sind. Du machst doch schon. Ich vertraue dir schon ganz. Ich glaube, mein Zipter rum und regiere einfach gut. Ich glaube, wir werden auch jedes Rumpen und ich regiere einfach gut. Also ich setze mich auf meinen Thron. So, ja, wenn sie auf die Bank, bitte. Ich setze mich auf meinen Thron hier. Nini, du hast... So, kniert nieder. Das ist nicht niederknien, das ist kacken. Bei deiner Regentschaft wahrscheinlich das gleich. Das ist ein Subway. Du hast jetzt doch ein Subway. Ja. So, die Falle. Ach, der John baut doch die ganze Zeit die Fallen auf. Ja, richtig. Ja, wir wollen ja was zu essen haben, ne? Irgendwann sind wir in der Falle und dann isst er uns. Ich sag's dir. Geh mal ein bisschen jagen, Schatz. Wieso haben wir jetzt eigentlich noch 5000 Baumstämmen hier rumgammeln? Wir müssen doch gar nichts mehr holzen, oder? Ne. Die spawnt das nicht auch irgendwann mal? Doch. Wir brauchen noch neun Loks. Brauchen wir doch. Und müssen gucken, dass wir da irgendwie dieses Lok schließen. Ja. Das sieht scheiße aus. Ich hab das im Baumenü nicht geschafft, also. Halt, nicht wir uns durchs Feuer laufen. Vor allem, guck mal, wie die Baumstämme stehen. Hier ist einfach mal ein Riesenloch dazwischen. Super. Die verbrauchen wir noch von dem. So, ich glaube, wir müssen auch langsam mal die Aufnahme bei uns. Das ist echt mega lang, weil eine Stunde wird sich keine angucken, glaube ich. Ja, wir sind jetzt bei, also 45 Minuten ungefähr. Das passt, glaube ich, oder? Ja, ich denke auch, das passt. Ja, würde ich sagen. Vorerst ist schon aufgebaut. Jetzt noch zwei Baumstämme, die klatsche ich nochmal hier hin. Wie hat's euch gefallen? Gut. Wollt ihr mehr? Bis jetzt ist es ganz interessant. Das ist ziemlich cool. Bis jetzt ist es interessant. Das wird wahrscheinlich noch wesentlich besser, wenn man coolere Sachen bauen kann und wenn man ein bisschen auf Höhlen-Tour geht und sowas. Ist genau wie bei Minecraft. Am Anfang ist es halt ein bisschen langwierig, aber wenn man erstmal so eine Grundfestung hat, dann flügt das alles ganz gut. Ja, also auf die Höhlen freue ich mich auch schon sehr. Und was es noch so für komisches Viehzeug gibt und so. Wieso kann ich hier die scheiß Wand nicht setzen? Oh, wo kann ich denn die Wände überhaupt auswählen? Und wie komme ich raus aus dem Baum? Auf B drücken, du Held. Das steht doch noch unten extra ganz groß. Klingt logisch. Ist aber so. Ja, nice. Also, dann danke ich mal fürs Zusehen. Ich auch. Ja, ich auch. Und freue mich sehr auf die nächste Folge, ihr Pärchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Willkommen auf meinem Spielplatz. Es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield. Ich kenne keinen anderen, denn der hier noch viel krass, der spielt. Also los Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt auch...